Toca Toast Like and Subscribe Thank you Please check out our shop For the official Toca Toast merch Ah, da ist er ja Zum Glück Er ist runtergefahren Das heißt, jemand will hochkommen Oh nein! Was machen wir jetzt? Wir müssen uns verstecken Kommt! Aber wo? Oh, was sollen wir? Ich hab so Angst, aber du hast recht Wir müssen uns verstecken, Leute Schnell, wo sind Verstecke? Oh, ich hab eins gefunden, ich versteck mich hier Das ist ein gutes Versteck, okay, wo versteck ich mich? Oh, ich versteck mich einfach hier Okay, jetzt muss ich mich verstecken, als erstmal das Licht ausschalten Und, oh, ich weiß schon, ich versteck mich hier Er kommt Ist hier jemand? Aha Habe ich ein Licht oben in der Schule gesehen? Oh, ich wette, es haben sich wieder Kinder hier versteckt Sicher so jugendliche Randale Nanu, da ist ja wirklich jemand Hallo, ist hier jemand? Bitte helfen Sie mir, wecken Sie die Tür Okay, warte Oh, endlich frische Luft Wer bist du und wieso warst du in diesen... Ist das ein Geheimgang? Wieso warst du da drinnen? Oh, die Polizei, Gott sei Dank Da ist jemand oben, meine Freunde, sie sind in Gefahr Wer ist oben und wo sind deine Freunde? Komm, das musst du mir zeigen Okay, folgen Sie mir Wir müssen in den Aufzug in den dritten Stock Da ist es Du bleibst im Aufzug und ich schau nach, was los ist Okay Bitte seien Sie vorsichtig Ich hoffe, alles wird gut Mädchen, kommst du bitte her? Oh, die Polizistin hat nach mir gerufen Was ist los? Ja, sie haben nach mir gerufen Hier ist hier niemand, sollte das ein Streich von dir sein? Nein, das war wirklich kein Streich Leute, kommt aus dem Versteck Es ist die Polizei, kommt Oh, wir sind gerettet Die Polizei ist hier Herr Polizist, das war wirklich kein Streich Hier war jemand Wir haben das mit eigenen Augen gesehen Na, dann können Sie mir sicher sagen, wer diese Person war Oder hat sich sie mysteriös in Luft aufgelöst? Ähm, es war zu dunkel, wir haben niemanden erkannt Genau, und wir haben uns ja versteckt Ich habe mich nicht getraut hinzuschauen Bitte, Herr Polizist, Sie müssen uns glauben, das war kein Streich Schluss, aus, ich möchte nichts mehr hören Seid froh, dass ich nicht eure Eltern anrufe und jetzt ab nach Hause Natürlich, verzeihen Sie Kann das wirklich sein, dass wir uns das nur eingebildet haben? Der Aufzug ist doch runtergefahren und dann wieder hochgekommen Oder vielleicht war der Aufzug einfach nur defekt und es war ein technischer Fehler Ja, das könnte schon sein, aber merkwürdig ist es trotzdem Ich muss zugeben, ich habe mich so und so die ganze Zeit ein bisschen beobachtet gefühlt Ich glaube, wir haben einfach nur Gespenster gesehen Ja, das war vielleicht keine gute Idee, das in der Nacht zu machen Oh Lucia, wir haben den süßen Brief von Jack in der Schule gelassen Warte, was für ein Brief? Wovon redet ihr? Du musst dich nicht mehr verstellen, wir wissen, dass der Brief von dir ist Das war ein Liebesbrief, was du mir geschrieben hast, da stand für Lucia Von dir, oder? Wirklich? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet Ich habe euch keinen Brief geschrieben, das wäre doch creepy Aber da stand für Lucia und wenn er nicht von dir ist? Von wem ist der Brief denn dann? Vielleicht ist der Brief ja uralt und es gab mal eine Schülerin, die Lucia hieß Ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich war das nur ein Zufall Aber das ist dann ein sehr merkwürdiger Zufall, dass genau du ihn findest Ich glaube, wir müssen wirklich langsam nach Hause, wir sehen schon Gespenster, wo keine Gespenster sind Ja, du hast recht, gehen wir zurück ins Studentenwohnheim Kommt Leute, gehen wir Jetzt haben diese jugendlichen Proleten auch noch die Kerze hier gelassen Ach, ich hasse Kinder Na gut, ich werde dann langsam runter gehen Jetzt muss ich schnell auf den Aufzug warten Das war eine lange Nacht So, ihr seid jetzt sicher angekommen Ich wünsche euch beiden noch eine gute, gute Nacht Danke, Liebling Mit seinen 10.000 Bussis werde ich so viel besser schlafen Oh, ihr beide seid so süß, das macht mich krank, ich gepennen Hey, gute Nacht, Ariana Schau, wie wir sie verscheucht haben Naja, ich wünsche dir jedenfalls eine gute Nacht Und ich hoffe, du hast keine Albträume Dir auch eine gute Nacht, Jack Dann ab nach Hause mit mir Ach, Jack ist so ein Süßer Na gut, ich werde jetzt langsam in mein Zimmer gehen Ich bin schon etwas müde So, ich kann kaum die Augen mehr offen halten Ich muss mein Pyjama anziehen Und jetzt ins Bett mit mir Wer sind sie? War das Lucia? Das kommt aus Lucias Zimmer Lucia, ist alles in Ordnung bei dir? Was ist passiert? Mariana, ich habe mir das nicht eingebildet Es war Alexander Er ist wieder da Was? Alexander ist zurück? Ich habe geglaubt, ich habe mir die letzten Tage das nur eingebildet Aber Alexander ist da Ich glaube dir, Lucia Wir müssen die Polizei rufen Komm in den Gemeinschaftsraum Also nochmal von vorne Sie haben in der Nacht eine Gestalt in Ihrem Zimmer gesehen? Nein, nicht eine Gestalt Es war Alexander Dieser, dieser Mörder Aha, der Alexander Der immer noch im Gefängnis ist, meinen Sie? Er ist immer noch im Gefängnis? Sind Sie sich sicher? Junges Fräulein Er ist ein Mörder Natürlich ist er im Gefängnis Sind Sie sich zu 100% sicher? Rufen Sie doch Ihren Kollegen an und und Schluss aus! Ich möchte nichts mehr hören Sie, du hast wahrscheinlich nur schlecht geträumt und hast Albträume gehabt Am besten keine Horrorfilme mehr anschauen und früh schlafen gehen, okay? Kinder Es war Alexander, dafür lege ich meine Hand ins Feuer Keine Sorge, ich glaube dir, aber wie ist das möglich? Wo ist Jack? Ich habe ihm doch eine SMS geschrieben Oh Lucia, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte Oh Jack! Alexander! Er ist zurück! Du musst mir glauben! Was? Alexander? Aber er ist doch im Gefängnis! Vielleicht ist er ja ausgebrochen oder keine Ahnung Lucia, bist du dir ganz sicher? Wahrscheinlich hattest du einfach nur einen Albtraum und hast dein Gesicht gesehen Ja, ich hatte einen Albtraum, aber ich habe ihn gesehen, nachdem ich meine Augen geöffnet habe Jack, glaube mir! Schau Lucia, ich weiß, was wir machen werden Morgen in der Früh gehen wir zur Polizeistation und dort werden wir schauen, ob Alexander immer noch im Gefängnis ist Das klingt nach einem guten Plan Komm Lucia, ich schlafe heute bei dir Das klingt nach einer guten Idee und ich werde hier im Gemeinschaftsraum überschlafen, okay Leute? Okay Jack, Ariana, gehen wir Gute Nacht, ich fühle mich schon sicherer jetzt, wo Jack da ist Komm, gehen wir schlafen Am nächsten Morgen bei der Polizeistation Oh, hallo Shelly, alte Kollegin, wie geht es dir? Ist alles gut? Oh Jack, du alte Klobürste, was machst du denn hier? Hast du nicht gesagt, du hörst auf mit Polizist sein? Ja, mein Studium ist mir halt wichtiger Äh, ich bin eigentlich hier, um Alexander zu besuchen Was? Alexander? Ähm, wie du willst, er ist gleich hier in dieser Zelle Er ist unter strengster Bewachung Na dann Lucia, bist du bereit, Alexander wieder zu sehen? Nun ja, mehr oder weniger, da ist er ja Wenn das nicht Lucia ist Oh, ich habe eine Gänsehaut Aber schau Lucia, Alexander ist wirklich immer noch im Gefängnis Das heißt, er kann nicht bei dir im Zimmer gewesen sein Vielleicht hast du das wirklich nur geträumt, Lucia Und er kann hier nicht entkommen, er ist ja unter ständiger Überwachung Nein, er kann hier wirklich nicht ausbrechen Okay, okay, ihr habt recht, ich möchte weg von hier Hey Lucia, warte von uns! Ach schau, da ist sie ja, Lucia! Ist alles okay bei dir? Ich war mir so sicher, dass ich ihm die Tage gesehen habe Wie konnte ich mich nur so täuschen? Vielleicht bin ich auch einfach nur erschöpft von der Universität Ja, du lernst doch die ganze Zeit ohne Pause Das stimmt, du brauchst mal was Relaxtes Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende eine Party veranstalten? Meine Eltern sind nicht zu Hause, wir können dort feiern Eine Party? Hm, das wäre schon cool Meine Eltern haben ein riesiges Haus mit Pool, dort können wir feiern Oh ja, das klingt toll, machen wir das bitte, Lucia Ach, ihr zwei seid einfach ein schlechter Einfluss Oh, das wird so cool, ich habe eh so Lust auf Tanzen Wir sollten all unsere Freunde einladen, das wird so cool Und Musik und dann Snacks und was zu trinken Yeah, das wird so cool Danke, dass ihr mich aufgemundert habt, ihr seid echte Freunde Schau, hier wohnt er, ich bin schon so neugierig Ich war nämlich noch nie in dem Haus seiner Eltern Diese Party wird sicher der Knaller Komm, gehen wir Okay, okay, ruhig Blut, gehen wir rein Okay, ah, hier ist der Eingang Magst du klopfen? Hey Jack, mach auf! Das macht so Spaß Habt ihr alle Getränke oder Snacks? Hä, was ist das? Klopft da jemand? Oh, das ist sicher Lucia und Ariana Oh ja, das sind sie wirklich Hey, ihr zwei, kommt doch rein Oh, hallo Jack, die Party scheint ja ein Knaller zu sein Ich kann es kaum erwarten zu tanzen Ja, ja, kommt rein, wir müssen die Tür zumachen Oh ja, natürlich, sorry Wow So viele Leute, hier, das sind ja alles unsere Schulkameraden Na klar, ich habe einfach jeden eingeladen, sogar Harry Potter Magst du uns mal alle vorstellen? Na klar, hier haben wir mal Barbie und Ken Dann haben wir Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley Hier haben wir Toka Amira und alles Toka aka Sarah Als nächstes haben wir Jimin von BTS natürlich Und zu guter Letzt, Wednesday und ihre beste Freundin Annit Schön euch alle kennenzulernen Hey ihr zwei, wollt ihr was trinken? Oh ja, für mich bitte eine Cola Ich will auch eine Cola, aber mit Fanta bitte Cola mit Fanta? Sowas gibt es nicht Komm Lucia, tanzen wir ein bisschen! Yeah! Yeah, tanzen wir Das Tanzen war ja echt cool Hey, ich bekomme ein bisschen Hunger, wollen wir Snacks essen? Was ist das für eine Frage, natürlich Oh, das schaut lecker aus So viel Auswahl Sie haben sogar Marshmallows Oh, wie cool Schau mal, mein Lieblingsessen Erdbeertorte Hey ihr zwei, ich habe euch eure Getränke gebracht Oh, danke Die Torte ist lecker Und ich esse jetzt meine Marshmallows Urgut Hier Lucia, dein Getränk und für dich auch Ariana Ich habe ein bisschen Fanta in deine Cola reingegeben Ich hoffe es schmeckt Hey Jack, der nächste Tanz ist unserer Ich muss noch schnell was trinken Ok Lucia, trink schnell und dann tanzen wir Ich bin bereit Komm Schätzchen Tanzen, tanzen, tanzen Jetzt koste ich mal Cola mit Fanta Schmeckt irgendwie Oh, mein Magen, mein Magen Oh, mir ist so übel Ich muss schnell raus Boah, mir ist schlecht Ein bisschen frische Luft schnappen, das hilft Oh, mir geht es jetzt schon besser Cola und Fanta sollte man echt nicht mischen Hä, warte, was liegt dort? Ist das ein Handy? Oh nein, jemand hat wohl sein Handy am Boden verloren Hm, wen gehört das wohl? Oh, warte mal Bin das ich und Lucia? Oh mein Gott, jemand hat Fotos von uns gemacht Wen gehört nur dieses Telefon? Ja Du bist als nächstes dran Lucia Wie schrecklich, Alexander hat Ariana Hat er sie getötet? Oder lebt sie noch? Was glaubt ihr? Schreibt uns das in die Kommentare Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht Dann schaut euch die nächste Episode an Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe euch hat diese Story bis jetzt gut gefallen Und ihr freut euch schon auf den nächsten Part Falls sie euch gefallen hat Bitte gebt dem Video einen Daumen hoch Abonniert den Kanal Und aktiviert die Glocke Damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst Und jetzt ohne Umschweife Bedanken wir uns noch bei unseren Superfans Danke dir Psy, Simtashki, Banana World und Tokamuresal Vielen Dank, dass ihr immer nette Kommentare schreibt Und jetzt noch unsere Kanalmitglieder Danke dir Mia, Tokalive, Bubble Tea, MGGee, Andrew Spivey und Maria Garondo Vielen Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und uns unseren Kanal unterstützt Wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt Dann schreibt einfach einen netten Kommentar Oder werdet Kanalmitglied Und mit etwas Glück kommt ihr ins nächste Video Also vielen Dank fürs Zuschauen Und ich hoffe ihr freut euch schon auf die nächste Episode Tschüss Tschüss